So meine Lieben, weiter geht's mit einer neuen Folge der FIFA 16 Karriere und ihr seht schon oben im Titel und ihr seht's auch im Hintergrund. Was ne Partie, die heute hier ansteht, auswärts im Santiago Bernabéu, nämlich El Clásico. Copa de España, sprich der spanische Pokal, steht auf dem Plan, das Viertelfinale und dann gleich so ein Highlight. Real Madrid zu Hause in Madrid gegen den FC Barcelona. Das ist zumindest das Hinspiel, in einer Woche geht's dann zu uns nach Barcelona, da werden wir dann spielen und wir wollen in diesen zwei Partien aber mal sowas von Real Madrid bezwingen, Jungs. Sie haben's mitbekommen, letzter Part, es gab ja leider Gottes die Niederlage gegen Athletic Bilbao mit 1 zu 0 haben wir das am Ende verloren in einer sehr taktisch geprägten Partie, wo Bilbao die Räume sowas von eng gemacht hat. Es war richtig stark, aber wir haben's auch einfach nicht geschafft, unser Spiel, unser Offensivspiel vor allem dann durchzudrücken. Bilbao mit zwei richtig guten Chancen, eine hat Herr Stegen noch super raus, die andere haben sehr genial reingemacht, super rausgespielt. Und ja, am Ende haben wir das verloren, sind damit in der Liga, haben das nicht mehr selbst in der Hand auf Rang 1 zu springen, haben wir uns alles angeschaut. Aber heute geht's auch nicht um die Liga, sondern heute geht's wie gesagt um den Pokal. Und wir gehen mit ein paar Blessuren rein, wenn man so will, in dieses Spiel, denn ihr seht's, es sind nicht alle fit. Wir sind mit der Top 11 in die Partie gegen Bilbao, weil wir die unbedingt gewinnen wollten, haben das nicht geschafft und haben jetzt zwei Probleme, nämlich die Niederlage und nicht für Tischspieler. Also viel behinderter geht's einfach nicht mehr. Aber gut, das war so am Rande, ich würde sagen, wenn's euch wieder gefällt, lasst gerne einen Daumen nach oben da, da würde ich mich sehr drüber freuen. Wenn ihr mehr sind, lasst ein Abo da und verpasst nix. Und diesmal machen wir ganz, ganz unterschiedliche Trikots, damit wir es auch komplett unterscheiden können. Werden auch hier, das haben wir in der Darmstadt-Karriere schon mal angesprochen, das Gestöbe ausspielen, machen hier, das ist mir Wumpe heiter von mir aus, es ist eh 22 Uhr. Und damit gehen wir das Ganze an. Iniesta in stark absteigender Form, Alaba auch, aber nichtsdestotrotz kriegen die heute nochmal die Chance. Wir gehen mit der Top-Truppe das Ganze an. In Madrid heißt es am besten schon mal den ersten Schritt tun. Erstmal schon mal hier gewinnen am besten, außer jetzt in Madrid, auch wenn's schwierig wird, aber um dann eine gute Ausgangsposition zu haben fürs Rückspiel. Boah, Jungs, ich hoffe nicht, dass wir hier und heute schon mal, ja, wie sagt man, in Hinterhand, ne, ihr wisst, was ich meine, schon mal hinten liegen oder sonst was. Ihr merkt, ich bin ein bisschen angespannt. Es ist heute keine gewöhnliche Partie, dass zum einen, es ist zwar mega Vorfreude da, aber zum anderen auch so ein bisschen Respekt, nennen wir es Respekt. Denn das, was wir gegen Bilbao gezeigt haben, war nicht so toll, das, was wir davor gegen Valencia gezeigt haben, war stark. Was zeigen wir heute? Das ist die große Frage. Real Madrid mit Ronaldo, mit Belio Rodriguez, Gese vorne am Start. Modric groß auf der Doppel-Sechs, Pepe Varane hinten drin. Danilo, hab ich noch gesehen, auf der Rechtsverteidigerposition. Und damit ist dieser El Clásico angepüfft. Der erste Clásico der Saison endete ja unentschieden. Ich glaube ein 3 zu 3 war es, also für den neutralen Zuschauer sowas von genial. Haben wir kurz zum Schluss noch das Tor kassiert durch Ramos, aber heute wollen wir hier unbedingt in Madrid den Sieg einfahren. Und unseren Fans eine Freude machen, das ist schon mal super durchgesteckt, super gespielt. Nach drei Minuten. Und es wäre auch für das Selbstvertrauen so wichtig. Rames Rodriguez, der war aber an der Hand genau. Das gibt den Freistoß, haben wir ganz genau gesehen hier, aber ganz genau. Und wie gesagt, angespannt bin ich, absolut. Aber mal gucken. Boah, was war das denn? Pogba lauft doch, was das heute wird. Und dann war es abseits, um Gottes Willen. Ich dachte, da steht noch einer. Bisschen verguckt. Also, auf geht's, Real gegen Barca. Hinspiel in der Copa de Esbania. Wir kriegen den Einwurf. So, ich bin am überlegen, aber ich glaube rein taktisch machen wir wieder mal, ähm, halt nicht lange Bälle, sondern den Ballbesitz. Möchte aber da eher nicht in die Offensive gleich mal gehen. Oh mein Gott, Jungs. Wir kriegen gerade die Pässe schon mal nicht rüber gespielt. Real presst früh. Unfassbar. Ähm, stark gemacht. Komm, gegen Kroos. Den musst du dir holen. Meine Güte, wir kommen nicht hin. Wir sind noch nicht ganz auf der Höhe, oder? So kommt es mir vor. Ronaldo. Der Stegen. Gut gemacht. Ähm, nee, aber ich traue mich da nicht auf Offensiv ranzugehen. Dazu hat Real in der Offensiv einfach zu brutale Spieler, muss man so sagen. Da bleiben wir lieber erstmal ausgeglichen. Danilo mit der Flanke. Ronaldo. Piqué. Ganz stark von Piqué. Alaba. Guter Ball. Iniesta. Och, den wollte ich gar nicht so. Den wollte ich nicht so. Das war mein Fehler. Schade. Da wäre ein bisschen mehr drin gewesen. Varane. Mal gucken, wer das Spiel hier macht. Ich denke, Real wird da wieder ein bisschen mehr tun. Wir werden uns eher sicherlich auch auf das Spiel, aber auch auf ein paar Konter konzentrieren. Gut, gegen Ronaldo von Dani Alves. Ganz, ganz wichtig, da Ronaldo früh zu zeigen, wer derjenige ist, der hier und heute das Sagen hat. Suarez kommt nicht durch. Schade. Marcelo wieder dazwischen. Also, Jungs. Was ist hier und heute drin? Gegen Real. In welcher Verfassung befinden wir uns? Ich weiß es nicht. Es ist mit dem FC Barcelona ein... Oh mein Gott. Weg. Oh, gerade noch. Gut geklärt. Es ist so ein bisschen immer ein Auf und Ab bei uns noch. Da müssen wir mehr Kontinuität reinbringen. Gut von Pogba. Aber Ball ist wieder weg. Da ist Bepe. Nach unten gespielt. Danilo. Oh mein Gott. Krecher geht ins Leere. Und dann holt den Ter Stegen raus. Boah, ganz tief durchlaufen. 19. Minute. Richtig gute Möglichkeit dafür. Für Real. Toni Kroos steht bereit. Wird den Eckball gleich gefährlich in die Mitte bringen. Ter Stegen muss den abfangen. Ter Stegen hat den. Und Ter Stegen sieht vor allem Luis Suarez. Das ist gut gespielt. Jetzt der Seitenwechsel. Pogba. Geiler Ball. Der ist auch drin. Und Messi kann anschieben. Messi zum ersten Mal in Aktion im Klassico. Messi. Kommt da nicht ganz durch. Toni Kroos stellt den Körper rein. Kann dann erstmal hoch und weit klären. Schade. Also, Messi. Das erste Mal da. Wird so langsam warm. Ronaldo führt den Ball ins Ausgibt. Den Einwurf. Drei. Und 20 Minuten sind gespielt, Jungs. Tief durchlaufen. Rakitic. Macht das gut. Holt sich da die Lücke. Pogba. Sieht Suarez. Der ist durch Suarez. Suarez. Garcia lenkt ihn an den Außenpfosten. Die beste Möglichkeit bis dato in der Partie. Gut. Und Schärf vom madrilenischen Keeper. Ecke kommt falsch. Ecke kommt nicht gut. Aber Real kann da auch nicht wirklich perfekt klären. Uiuiuiui. Solche Dinger müssen halt reingehen. Solche Dinger müssen rein. Neymar. Aber weiter dranbleiben. Rakitic. Guter Ball. Pogba. Wieder Garcia. Nächste Jobchance, Freunde. 28. Minute. Wir machen das jetzt gar nicht so schlecht in dieser Drangphase. Gute Ecke. Pogba. Kommt da hin? Kommt da nicht. Bale rennt hinterher. Und Messi rennt drauf. Und Bale ist letztendlich sozusagen der Gewinner. Kommt da über die Seite. Oh, schade. Mann, Mann, Mann. Was eine Situation jetzt hier. Also da hätte einer reingehen können. Das wäre zu schön gewesen. Pogba. Aber Real macht den nächsten Fehler. Und wir sind damit echt... Ah, schade. In so einer kleinen Drangphase wollte ich sagen. Aber schon ist der Ball wieder weg. Gut von Rakitic. Der kann sich nicht gegen Bale durchsetzen, obwohl er die bessere Ausgangsposition hatte. Gut Neymar. Gut Neymar. Gut Neymar. Rakitic. Schau mal, sucht Messi. Findet vielleicht Suarez. Findet er auch nicht. Kassier dazwischen. Jungs. Beide Mannschaften haben aus diesem verrückten Ligaspiel, aus dem verrückten Ligaklassikos, ein bisschen gelernt. Gehen hier nicht mehr so die volle Offensive auf volle Power, sondern schauen auch erstmal, dass hinten das Ganze, der ganze Laden dicht ist. Ganz klar. Resse, Rodriguez. Kommt da drauf. Resse. Vernascht uns da so ein wenig. Rakitic. Dani Alves. Was macht Dani Alves? Wie lange braucht er denn da bitte? Ronaldo. Ter Stegen. Vorerst da. Riesenpatzer. Ter Stegen. Gott sei Dank hat den Riesenpatzer von Dani Alves. Meine Güte. Kloppt doch einfach die Kulle weg. Da legt er den sich nochmal schön hin. Unfassbar. Gibt die Ecke. 40. Minute kurz vor Ende der ersten Halbzeit. Der Stegen ohne Probleme. Der macht seine Sache gut. Auf den können wir uns absolut verlassen. Neymar nach unten gespielt. Da ist Alaba. Hat so ein bisschen Platz. Alaba wartet auf Suarez. Aber der kommt nicht so wirklich mit. Rakitic. Och. Schlechter Ball von mir. Rames dazwischen. Und da ist wieder Cristiano Ronaldo. Der genauso wie Messi bisher blass bleibt. In diesem Klassiko. Von beiden Superstars. Relativ wenig zu sehen. Dafür kommt Gareth Bale. Über die rechte Seite. Piqué dazwischen. Können wir erstmal bereinigen. Die Situation. Schlechter Ball von Rakitic. Um Gottes Willen. Rakitic. Jungs. Normale Pässe, die nicht ankommen. Das ist kein gutes Zeichen. Rames Rodriguez. Der Kolumbianer mit der Möglichkeit. In der Nachspielzeit. Der erste Hälfte. Lange Ball nochmal von der Stegen. Richtung Lionel Messi. Und der kommt jetzt ins Duell da mal mit Cristiano Ronaldo. Messi. Ronaldo sicherlich ein bisschen mehr Füße am Start. Kann ihn da gut abdrängen. Wieder Ronaldo. Nein. Der Stegen hat den. Freunde, Freunde, Freunde. Und jetzt gehen wir rein in die Pause. Also. 0 zu 0 nach 45 Minuten im Klassiko. Eine Partie, die nicht allzu viele Chancen hat. Trotzdem mit guten auf beiden Seiten. Wodurch erstmal ein Tor fallen kann. Ihr seht es. Relativ ausgeglichen. Das ganze Rhein mit ein bisschen mehr Ballbesitz. Aber von den Chancen her. Auf beiden Seiten gleich viel Action in den 16ern. Und auf den Linien der Torhüter. Beziehungsweise im Kasten da. Das ist. Aber alles in allem noch ein bisschen zu wenig. Was wir zeigen. Gut von Dani Alves. Den muss er ablaufen. Den Ronaldo. Gibt zwar einfachere Sachen. Aber das schafft er gut. So. Pogba. Dani Alves schicken. Äh, Dani Alves sag ich schon. Nehmer schicken. Nehmer, Nehmer, Nehmer. Guter Ball. Nehmt ihn gut mit, Nehmer. Schafft er leider nicht. Holt aber den Einwurf raus gegen Danilo. Und damit können wir erstmal wieder so ein bisschen nachrutschen, Freunde. So. Das ist. Alaba. Alaba nochmal. Iniesta. Und dann ist er im Außenposten. Und dann ist Messi da. 1 zu 0. 51. 6. Minute. Ähm. Da ist er dauernd nicht zu sehen. La Pulga, Freunde. Da ist er nicht zu sehen. Und dann macht er den rein. Ganz tief durchschnaufen. Wichtiger Treffer hier. Iniesta mit ganz viel Gefühl. Und Messi steht da, wo Messi stehen muss. Tief durchschnaufen. 1 zu 0, Jungs. Alles gut. Alles soweit gut. Boah, ist das eine Partie, Jungs. Ich werde verrückt. Ihr merkt. Die Emotionen sind noch nicht ganz raus. Wir freuen uns. Gar keine Frage. Aber es ist alles noch viel zu eng. Und dazu waren die letzten Wochen zu unbeständig. Als dass wir jetzt sagen können. Mensch, das ist ein riesengroßer Schritt. Richtung nächste Runde. Aber das ist er noch nicht. Leider Gottes. Iniesta läuft er. Iniesta. Schade. Können wir nicht schnell genug schicken. Aber wir setzen uns vielleicht nochmal durch. Ronaldo, der hinten mit agieren muss. Da ist Modric in die Mitte gespielt. Toni. Groß kommt nach vorne. Nein, 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 nein. James, weg ist er. Weg ist er, Freunde. 60 Minuten knapp gespielt. Eine knappe Stunde vorbei. Im Santiago Bernabéu. Und es steht 1 zu 0 für Barcelona. Gibt es was Schöneres. Ja, gibt es ein 2 zu 0. Und das machen wir jetzt. Come on. Pogba. Guter Ball. Oh, schade. Da kommt der Bale so gerade noch hin. Pepe wieder auf Gareth Bale. Neymar fehlt jetzt da vorne. Aber Pogba bügelt das super aus. Beziehungsweise Alaba. Die beiden verwechsel ich da immer, ja. Bale. Gut gegen Bale. Oh mein Gott. Wie kann er den so überlaufen? Alaba ist auch nicht der Langsamste. Aufpassen. Bale. Nein. Nein, 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 nein. Testegen hat ihn. Ganz, ganz. Da. Oh mein Gott. Den habe ich nicht gesehen. Bitte, bitte, bitte. Ronaldo. Nein. Gott sei Dank. Den habe ich völlig übersehen da. Ganz tief durchschnaufen. Gibt den Abschluss, Freunde. Acht Paraden jetzt schon mittlerweile von Marc-André Testegen. Nur drei von Garcia. Obwohl zweit sind eine ausgeglichene Partie. Also ich weiß gerade gar nicht, wo er die acht Paraden herholt. Da hat er die Statistiker da. Unfassbar. Gut, Rakitic. Ganz stark. Guter Ball. Messi. Gut, mal das Ganze beruhigt. Dani Alves, gute Übersicht. Das ist der FC Barcelona, wie wir ihn sehen wollen. Gut gespielt. David Alaba. Alaba. Stark gemacht. David Alaba. Ja, perfekt. Pogba. Gut von Pogba. Pogba. Oh mein Gott. Und dann kommt so ein Schüsschen bei raus. 67. Minute. Riesenmöglichkeit, um zu erhöhen. Wir gehen mal rein. Wir müssen ein bisschen was tun. Rakitic kommt da schon mal raus. Da bringe ich Rafinha. Oh Gott. Was machen wir hier, Jungs? Was machen wir noch alles? Turan kommt auf 10. Das hat er mal ganz gut gemacht. In der Liga weiß ich noch. Und sonst behalten wir uns den einen Wechsel mal. Ne. Wir bringen gleich noch Sampa. Auch wenn es vielleicht nicht von der Stärke her passt. Aber wir brauchen da noch mal ein paar frische Kräfte. Pogba und Cody kommen ja gar nicht mehr voran. Sind da schon im roten, im knallroten Bereich. Das ist nicht gut. Pepe. Außerdem machen wir jetzt das zweite. Und dann ist eh alles fix. Schade. Kassier. Haut der noch mal nach vorne. Aber so ist es doch gut. So ist doch alles wunderbar. Wir gehen mal auf. Abwehrregel nicht, aber sehr defensiv. Müssen da ein bisschen uns weiter nach hinten stellen, damit uns ein Ronaldo und ein Bell nicht überläuft. Denn das haben die hier dauerhaft vor. Gut von Alaba. Gut gemacht, Herr Stegen. Alles gut, Jungs. Sauber runterspielen, die Kirsche. Sauber runterspielen. Dann ist alles in Ordnung. Pogba. Alaba. Jawohl. Rakitic. Ganz unten den mitnehmen. So. Wir nähern uns so ein bisschen dem gegnerischen Tor. Auch wenn langsam. Aber das passt. Das machen wir gut. Messi. Gegen Ronaldo. Ronaldo mit dem Patzer. Messi. Kassier muss da ganz, 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 ganz tief durchlaufen. Und anpacken. Guter Schuss von Lionel Messi. Isco. Kommen wir da hin? Da kommen wir nicht hin. Egal. Ball weiter in Reihen der Madrilenen. Das heißt, weit hinten. Und damit keine Gefahr vor unserem Tor. Marcelo. Wird den eh wieder rüberspielen? Wird er nicht. Kommt über links. Messi muss mittun. Messi, der viel ackert, viel heute in der Defensive machen muss. Seine Sache da aber auch ganz, ganz stark macht. Allerdings da nicht. Ronaldo. Piqué war mit der Hand dran. Chiri sieht das allerdings anders. Gott sei Dank. Marcelo in die Mitte gespielt. Bale, Bale, Bale. Ich komme nicht hin. Und dann ist es passiert. Eins zu eins. Gareth Bale. Achtzigste Minute. Wir kriegen den Ball nicht geklärt. Ich mache da auch in Jester gar keinen Vorwurf, weil da stehen zwei Spiele. Einer vor ihm, einer hinter ihm. Er muss den Ball erstmal kontrollieren. Den kriegen wir. Den können wir gar nicht klären. Egal was wir drücken. Und damit die Riesenmöglichkeit. So, jetzt ist die Frage, was wir machen. Bleiben wir auf. Defensiv. Messi. Und es gibt den Elfmeter. Es gibt den Elfmeter. Messi holt ihn raus. Und damit die Riesenchance für Messi. Einen weiteren El Clasico Treffer hinzulegen. Messi macht ihn. Messi. Jawohl, er macht ihn. Zwei zu eins. Wir liegen wieder vorne. Und das Bernabeu ist ruhig. So muss das sein. Also Real mit dem Anschluss, mit dem Ausgleich besser gesagt. Und wir gleich wieder mit der Antwort. Zwei zu eins. Lionel Messi macht die Kiste. Yes, Mann. Yes, Mann. Ist das wichtig. Und ihr merkt, da waren jetzt mehr Emotionen dabei. Denn das sieht jetzt gut aus. Ich wäre auf defensiv geblieben. Ich hätte mich mit dem Unentschieden begnügt. In Madrid aus, weil es nur Unentschieden ist in Ordnung dann. Im Pokal. Auf K.O. Sicht gesehen. Da hätte ich mich echt mit begnügt. Aber nicht jetzt dann noch den Fehler machen. Barca, Monreal oder wie auch immer zurückgelegt. Marcelo Schadekrieg schickt ins Leere. Wir müssen aktiv bleiben. Lass jetzt nicht nochmal den Lucky Punch machen und zulassen. Gareth Bale. Gut dazwischen. Rafinha. Ja. Jungs, schiebt. Turan. Wie kommt denn ein... Wie kommt denn ein Bale da noch hinterher nach 90 Minuten, die er auf dem Buckel hat? Turan ist auch nicht der allerlangsamste. Rafinha. Der hat auch noch Power. Oh mein Gott. Alle Leute, die Power haben, können sie nicht durchsetzen. Zwei Minuten Nachspielzeit. Das sollte es eigentlich gewesen sein. Daniel Alves. Ich traue mich nicht, den vorbeizuspielen. Ich flank den einfach. Piqué ist mit vorne. Piqué ist mit vorne. Ich flank den rein. Der kommt gut. Und der kommt richtig stark. So, nochmal draufschieben. Messi kommt. Zwei Minuten nach Seltze durch. Messi wird zum El Clasico-Helden, ohne dass er mega viel Leute zeigt hier. Aber er hat die wichtigen Aktionen. Wie auch hier wieder. Suárez. 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 Kommt er noch durch? Kommt er nicht. Chiri pfeift immer noch nicht ab. Gib nochmal den Einwurf. Oder pfeift er ab? Er pfeift ab, Freunde. Zwei zu eins. Wir besiegen Real Madrid auswärts. E-Mail Clasico in der Copa de España. Ganz, ganz wichtiger Sieg. Ganz tief durchschnaufen. Und ich würde sagen, am Ende geht er auch in Ordnung. Sieben Schüsse. Sechs aus Tor. Ein bisschen aktiver. Waren wir Real, wie man es erwarten konnte. Zu Hause, die etwas mehr das Spiel machen als wir. Aber alles halb so wild. Gutes Spiel. Messi mit zwei Toren. Wir haben eine super Voraussetzung für das Rückspiel. Boah. Ich muss erstmal ganz tief durchatmen. Was für eine fucking krasse Partie, Freunde. Unfassbar. Unfassbar. Und damit gehen wir ein paar Tage voran. Das Spiel gegen Malaga steht an. Wir schauen mal, ob wir noch irgendwelche News jetzt kriegen. Bezüglich Transfers. Aber es gibt auch keine, keine anderen Vereine, die auf uns zukommen. Das ist das Problem. So. Magpatra will spielen. Bla, 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 bla. Interessiert uns erstmal nicht. So. Was uns jetzt aber ein bisschen interessiert, ist, wie sieht es jetzt aus mit den Finanzen? Können wir da nochmal ein bisschen was regeln? Wie viel können wir denn da gehen? Ich weiß nicht, was ein Mustafi kriegt. Wir machen jetzt mal knapp so. Ist ja egal. Wir können es ja auch nochmal machen. Schauen wir mal, ob wir, aber wenn wir Mascherano, beziehungsweise wenn wir Malen und Mathieu nicht verkauft bekommen, dann hat es keinen Sinn. Hat es keinen Sinn. Die anderen beiden zu holen. Ganz klar. Ist das hier nochmal. Also. Auf der Transferliste ist Mathieu und ist auch vermalen. Das einzige, was wir machen können, wäre ein Tauschangebot. Das ist jetzt auch mal das, was ich noch probieren werde in der Folge hier und heute. Skotran Mustafi. Hat einen Wert von 23 Millionen. Ich hau jetzt mal. Wen hauen wir drauf? Eher vermalen, würde ich sagen. Wenn er ein bisschen weniger wert ist. Wo ist er? Habe ich ihn übersehen? Hier ist er. Ganz unnatürlich. Vermalen. 10 Mille ist er wert. 10 Mille und dann biete ich noch. Was machen wir? 30 bis 36. Der ist gerade mal 10 wert. Ich mache jetzt einfach mal 7. Machen wir mal so, oder? Werden 17 Millionen, die wir erstmal sozusagen für Mustafi bieten. Ich glaube, ich mache sogar 6. So, und dann schauen wir einfach mal, was die Kollegen sagen. Wir malen 10 Mille wert plus Mustafi. Und dann gucken wir mal, was die sagen, Freunde. So, nächster Part gegen Malaga ist, glaube ich, eine Partie, die wir nochmal... Spielen wir die noch? Ich schau mal rein. Wo steht Malaga? Ich frage jetzt auch, ob wir daheim spielen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Die stehen auf Rang 15. Wir spielen Auswärts. Weiß ich noch nicht. Ich werde es auf jeden Fall nicht in diesem Part machen. Das werden wir dann uns im nächsten Part überlegen. Und in dem Sinn würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, Freunde, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Ey, Klassiko gewonnen. Ganz, ganz wichtig. Tief durchschnaufen. Wenn ihr mehr es denn wollt, lasst ein Abo dann. Verpasst nichts. Und in dem Sinn bin ich erstmal raus. Macht's gut dort rein. Bis dahin. Schönen Tag. Euer Badeschlappen. Servus.